Tag 22 Wir wurden ausgeblendet Oh, Slater wurde leicht verletzt Es hat einige Probleme gegeben, wir hoffen jedoch, dass Pavel bald zurück sein wird Äh, ja Wir haben drei Munition verballert Ähm Und es wurde nichts gestohlen Jetzt ist Slater krank und leicht verletzt Willst du mich verarschen? Wie geht's Anton? Immer noch leicht krank So, Slater Guckt sich jetzt erstmal um die Falle Du gehst dich ausruhen Wie gesagt, Pavel wird ein bisschen dauern, bis er zurückkommt Einmal wird er mit Dünger füllen Pavel ist zurückgekommen Es fühlt sich gut an, lebendig und gesückt zurück zu sein Ja, einmal viermal herstellen Und da kommt schon direkt jemand Dann schauen wir mal, was er von uns will Guten Tag Ja natürlich, also Vorräte können wir mehr als nur gebrauchen Dann schicken wir Sveta raus Die ist die einzige, die wirklich noch komplett fit ist Und dann heißt es erst sowas zu essen machen Zwei Suppen kriegen wir mit dem Wasser hin Jetzt wirst du noch Medikamente für Slater auch noch aufbrauchen Also Panagieren und Medikamente So, Pavel legt sich hin Anton ist ausgeschlafen Also kann Anton was essen Und Slater ist müde Ach du Kacke, dann haben wir gar keinen, der Wache steht eigentlich Werden wir es riskieren, um dann einfach Ja, einfach mal Keinen Wache stehen zu lassen So, dann schauen wir mal, ob wir Munition herstellen können Man sollte anscheinend wirklich über die Beheizung nachdenken, sagt er gerade Wir können drei Stück herstellen, drei Patronen Also wir brauchen immer einmal die Hülsen und das Schießpolver Und immer einen Bestandteil Und wenn wir die drei Patronen mal herstellen Das sind die drei Patronen, die sie schon verballert haben In der letzten Nacht Und dann hauen wir mal den Ofen an Damit es ein bisschen wärmer wird Und der ist immer noch leicht krank Wir haben aber keine Medikamente mehr Die Temperatur steigt schon Wir machen mal den zweiten rein Das sind jetzt richtig angenehme 15 Grad Und dann würde ich sagen Ja, beenden wir den Tag Okay, so